Hallo bei TechStage, mein Name ist Daniel, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Best-Tipps und die gute Nachricht aktuell für diejenigen von euch, die iOS benutzen, es gibt gerade wieder einen Jailbreak für die aktuelle iOS-Version 8.1 und der funktioniert auf allen Geräten, die 8.1 kompatibel sind, also sprich iPhone 4s aufwärts bis zu iPhone 6 und 6 Plus, sowie für alle aktuellen iPhones und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, hier ist das gute Stück, unser iPhone 5s, bevor ihr loslegt, stellt sicher, dass der Akku nicht komplett leer ist, in dem Fall haben wir jetzt hier 46% drin, das reicht problemlos aus und dann anstecken am Computer, iTunes geht auf und bevor wir irgendwelche Schritte machen, machen wir jetzt allererstes ein Backup. iTunes sagt jetzt hier, hey, auf meinem iPhone ist noch nicht die aktuelle Software 8.1 drauf, darum kümmern wir uns später. iPhoto geht auf zum Bilder präsentieren, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Aktuell wollen wir iOS 8.1 noch nicht ziehen, sondern erst eben, wie gesagt, das Backup anlegen. Unter OS X gehen wir dazu hier ins Menü Ablage und unter Geräte finden wir das iPhone und wählen nacheinander erst iPhone synchronisieren, dann Einkäufe von Daniels iPhone oder wie auch immer euer es heißt, übertragen und danach Backup erstellen. Das mache ich jetzt mal, das wird bei mir jetzt relativ schnell gehen, weil ich das vorhin schon mal gemacht habe. Wenn bei euch das letzte Backup schon länger her ist, dann wird das erheblich länger dauern, kann sich bis zu einer halben Stunde hinziehen, je nachdem, vielleicht auch noch länger, je nachdem wie viel Speicher euer iPhone hat. Backup erstellen, das ist das, was am längsten dauert. Wie gesagt, mir geht es jetzt ziemlich schnell, weil ich gerade eben vor dem Dreh dieses Videos das schon mal gemacht habe. Sollte schnell gehen. Ganz wichtig, spätestens wenn ihr iOS 8.1 installiert, müsst ihr auch die neueste Version von iTunes auf eurem Computer haben. In diesem Fall, ja, ist es iTunes für den Mac. Das eigentliche Jailbreak-Programm Pangu läuft derzeit nur unter Windows. Wenn ihr ein Mac habt, braucht ihr dafür Parallels oder Windows im Bootcamp. Unter Windows könnt ihr natürlich ganz einfach iTunes auch unter Windows installieren. So, als nächstes ziehen wir uns das neue iOS aufs Gerät. Wenn ihr noch nicht iOS 8.1 drauf habt, gibt es jetzt die gute und vielleicht einmalige Gelegenheit 8.1, also jetzt die aktuelle Version mit Jailbreak zu installieren. Dafür im neuen iTunes hier oben auf den iPhone-Button drücken. Das ist die Übersicht zu diesem Gerät. Und hier auf der ersten Seite gibt es aktuell die Information, hey, jetzt ist gerade iOS 7.1.1 auf deinem iPhone installiert. Und den Button aktualisieren. Da klicke ich jetzt mal. Hier kommt die Meldung, dass iTunes das natürlich nicht einfach so macht, sondern sich erst von Apple genehmigen lassen muss, dass hier auch iOS 8.1 installiert werden darf. Hier die aktuellen Informationen, was iOS 8.1 alles ändert. Und das müsst ihr natürlich alles komplett durchlesen, ausführlich, die Bedingungen. So, der Software-Download läuft und der dauert jetzt aktuell noch 19 Minuten, 18 und wie es dann weitergeht, das gucken wir uns gleich an. So, Software-Update ist jetzt runtergeladen. Und jetzt wird es auf das iPhone aufgespielt. Dafür muss das Gerät nochmal neu starten. Das dauert jetzt auch wieder ein paar Minuten und danach geht es mit dem Jailbreak weiter. So, iOS 8.1 ist jetzt drauf. Im Moment startet das iPhone gerade neu. Den Beweis, dass es alles geklappt hat, den können wir uns jetzt angucken. Hier, genau, taucht jetzt nämlich wieder das frisch neu gestartete iPhone auf und zack, wir haben iOS 8.1. Um jetzt weitermachen zu können, müssen wir zu Windows wechseln. Also, wenn ihr an einem Windows-Rechner arbeitet, könnt ihr euch das natürlich direkt sparen. Ich habe jetzt hier in diesem Fall Parallels Desktop am Start. Windows XP in einer virtuellen Umgebung läuft und habe jetzt hier mein Windows. Bevor wir weitermachen können, iPhone entsperren. Damit die Einstellungen alle aktualisiert werden können, das ist nach einem größeren Update immer nötig. Und danach müssen wir noch den Flugzeugmodus aktivieren auf dem iPhone, weil es ansonsten mit dem Jailbreak zu Problemen kommen kann. In der Zwischenzeit könnt ihr das Jailbreak-Programm schon runterladen. Ich habe es hier jetzt schon auf dem Desktop. Wer es noch runterladen muss, öffnet einfach den Browser und geht auf en.pangu.io. Und auf dieser Seite gibt es direkt hier einen riesengroßen, kaum zu übersehenden Download-Button für Windows XP. Und die Datei ist 42,2 MB groß. Also, wir haben jetzt hier das iPhone mit iOS 8.1 und sind startklar für den Jailbreak. Dafür brauchen wir die Pangu-App, iPhone nicht eingesteckt. Die App guckt nach, ob es ein Update gibt. Sollte es ein Update geben, werdet ihr entsprechend darauf hingewiesen, könnt die neue Version runterladen. Jetzt heißt es, connect your device and click Start-Button, also stecke rein. Wenn ihr das Ganze auch mit Parallels laufen lasst, werdet ihr gefragt, soll der Mac oder soll die Windows XP-Installation das iPhone jetzt erkennen. In dem Fall wählen wir jetzt natürlich Windows XP. Hier wird der Treiber installiert. Im Hintergrund startet iTunes. Das könnt ihr direkt wieder zumachen. Das braucht ihr jetzt nicht. Genauso, so wie unter Mac OS X iPhoto aufgeht, geht bei Windows jetzt hier bei dem alten XP noch der Scanner und Kamera-Assistent auf. Den könnt ihr auch ignorieren. Pangu hat im Hintergrund in der Zwischenzeit erkannt, Daniels iPhone, ein iPhone 5S ist angeschlossen. Und ein Klick startet den Jailbreak. Jetzt werden wir noch auf ein paar Sachen hingewiesen. Erstens, der Jailbreak könnte dazu führen, dass Daten verloren gehen. Ist richtig, ist aber sehr unwahrscheinlich. Wir haben ein Backup gemacht, deswegen kann uns in diesem Fall nichts passieren. Zweitens, wir sollen das iPhone in den Airplane-Modus bringen, vor dem Jailbreak, um Probleme zu vermeiden. Bei iOS 8.1 geht es am schnellsten, wenn ihr von unten nach oben wischt, hier das Flugzeug anschaltet und wieder runter. Wenn hier oben in der Ecke das Flugzeug zu erkennen ist, wisst ihr, der Flugzeugmodus ist aktiv. Und drittens, es kann Probleme geben, wenn sehr viele Daten auf dem Gerät gespeichert sind. In dem Fall müsst ihr das Gerät vorher zurücksetzen. Normalerweise braucht ihr das aber nicht. Normalerweise läuft der Jailbreak auch so durch. Und das Ganze bestätigen wir jetzt hier mit dem Knopf, auf dem in perfektem Englisch steht Already did. Also wir haben alles gemacht und dann geht es mit dem Jailbreak auch schon los. Der eigentliche Vorgang geht extrem schnell. Hier werden gerade die Daten, die für den Jailbreak nötig sind, auf das iPhone übertragen. Tatsächlich wird ja jetzt eine Sicherheitslücke in iOS ausgenutzt, um das iOS sozusagen zu knacken, um eigenen Code ausführen zu können. Das passiert jetzt gerade im Hintergrund. Und am Ende dieses Vorgangs wird Injecting, wird also der Schadcode, könnte man schon fast sagen, injiziert. Und jetzt wird der Jailbreak durchgeführt und die Daten installiert. Ich kriege jetzt hier die Meldung Speicher fast voll. Solange genug Speicher drauf ist, verfügbar ist, um den Jailbreak zu installieren, macht das aber nichts. Und jetzt, Final Cleaning steht da, wird aufgeräumt und im Anschluss startet dann das iPhone neu. So, da steht jetzt Jailbreak succeeded. Wir können den Stecker wieder rausziehen und das iPhone startet gerade neu. So, da ist das iPhone wieder. In dem Fall muss ich jetzt den Code eingeben, weil es gerade neu gestartet hat. So, da ist das iPhone. Und irgendwo hier, ja, ist ja gut, befinden sich jetzt zwei neue Apps, nämlich zum einen Pangu. Das ist die Jailbreak-App. Die brauchen wir eigentlich für gar nichts. Und dann haben wir die andere hier, die Cydia-App. Das ist der alternative App Store, der uns die Installation von nicht durch Apple genehmigte Anwendungen erlaubt. Beim ersten Start von Cydia dauert es eine Zeit lang. Da wird das Dateisystem überarbeitet, damit Cydia seine Daten ablegen kann. Und hier steht es auch schon unten drunter, Cydia wird danach beendet. Also sprich, ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr gleich wieder auf dem Homescreen landet. Danach müsst ihr zunächst über WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen oder über UMTS, weil Cydia sich dann einige Daten ziehen wird. Jetzt kommen hier gerade noch haufenweise Meldungen, weil das iPhone eben aktualisiert wurde. Hier auch. Ja, ich weiß, meine Applied wird jetzt auch auf einem anderen iPhone verwendet. So, da sind wir wieder. Also Springboard, die Oberfläche hat gerade neu gestartet, keine SIM-Karte eingelegt, die Meldung kennen wir. Und wenn wir jetzt in Cydia gehen, dann landen wir hier im App Store. Hier gibt es noch eine rote Meldung, die allerdings nur relevant ist, wenn ihr das Gerät erst gebackupt, dann platt gemacht, dann den Jailbreak eingespielt und dann das Backup wieder eingespielt habt. In diesem Fall haben wir das nicht so getan, deswegen können wir diese Meldung ignorieren. Und ja, jetzt geht es hier los und ihr könnt zum Beispiel gleich unter Empfohlen, zum Beispiel bei Tools für Einsteiger loslegen und euch Programme installieren, die Apple nicht so gerne auf dem iPhone sieht. Das war es mit dem Jailbreak. So leicht geht es, der ist jetzt drauf. Einen Unlock habt ihr damit aber nicht. Also sprich, der SIM-Lock von dem Gerät ist weiterhin vorhanden, wenn es einen SIM-Lock gab. Wir haben euch an anderer Stelle schon mal gezeigt, wie man den SIM-Lock aufheben kann, zumindest bei vielen Geräten. Und jetzt zeigen wir euch noch, was ihr machen müsst, um den Jailbreak wieder loszuwerden. Und das geht über iTunes, wenn ihr mal in die Gelegenheit kommt. Als erstes wieder Gerät anstecken. Dann hier, wie vorhin, erst synchronisieren. Da kommt wieder iPhoto, um die Bilder zu laden. Als nächstes Einkäufe übertragen und als drittes Backup erstellen. Der dritte Punkt dauert wieder ein kleines bisschen. Und danach können wir das iPhone in den Wartungsmodus versetzen und stellen es wieder her. Dabei werden alle Daten, die drauf sind, gelöscht. Die können wir aber gleich dann im Anschluss wieder über das Backup einspielen. So, Backup ist angelegt. Dann versetzen wir das iPhone jetzt in den Wartungsmodus. Dafür Homebutton drücken und ungefähr drei Sekunden gedrückt halten. Also, eins, zwei, drei. Dann den An-Aus-Taster drücken. Beide gedrückt halten für ungefähr zehn Sekunden. Und jetzt den An-Aus-Taster loslassen. Den Home-Taster aber weiter gedrückt halten. Und dann kommt gleich iTunes und sagt uns, iTunes hat ein iPhone im Wartungszustand erkannt. Sie müssen dieses iPhone wiederherstellen, bevor es mit iTunes verwendet werden kann. Okay. Hier klicke ich auf iPhone wiederherstellen. Es fragt nochmal, möchten Sie es wirklich auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Jawohl, das wollen wir. Den Download von iOS können wir uns jetzt sparen. Das haben wir vorhin schon gemacht. Wenn ihr die aktuelle iOS-Version noch nicht installiert habt, noch nicht heruntergeladen habt, dann würde das jetzt passieren. In dem Fall wird jetzt wieder das iOS 8.1 installiert. Ganz wichtig. Im Idealfall macht nach der Installation vom Jailbreak keine Software-Updates, weil der Jailbreak dann weg ist. Und aktuell lassen sich zwar iOS 8.0 und 8.1 durch Pangu knacken. Aber wer weiß, wie lange das noch so ist. So. Jetzt lassen wir mal ganz kurz hier die Wiederherstellung durchlaufen. Der Balken hier ist gleich am Ende. In iTunes kriege ich schon die Meldung, Ihr iPhone wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Genau. iPhone startet neu, fährt hoch, ist dann aber jungfräulich. Also sprich, es muss wieder aktiviert werden durch Einlegen der SIM-Karte und dann über WLAN oder iTunes. Und hier habt Ihr dann gleich, wenn es wieder hochgeladen ist, die Möglichkeit unter Ablage bzw. Datei und Geräte den Punkt aus Backup wiederherstellen zu wählen. Da könnt Ihr dann das Backup wieder einspielen, was Ihr vorhin angelegt habt. Ihr könnt aber auch gleich hier in der grafischen Oberfläche auswählen, dass Ihr es aus einem Backup wiederherstellen wollt und werdet dann aufgefordert, es mit iTunes zu verbinden und könnt dann auswählen, welches Backup. Ist natürlich ganz klar das, was wir gerade eben angelegt haben. iPhone ist wieder da. Sprache wählen, Region wählen. Jetzt kann ich es entweder mit dem WLAN verbinden oder sage hier in diesem Fall mit iTunes verbinden. Das bestätige ich nochmal. iPhone sagt mit iTunes verbinden. Das mache ich jetzt. iTunes meckert jetzt, dass keine SIM-Karte eingelegt ist. Wäre eine drin, ist keine drin, müsst Ihr jetzt eine einlegen, damit das Gerät eben entsperrt, aktiviert werden kann. Und dann folgt Ihr einfach den Anweisungen und wählt das Backup aus, was Ihr eben angelegt habt. Das wird dann wieder eingespielt und nochmal ein paar Minuten später ist das iPhone wieder wie vorher, nur ohne Jailbreak. Vielen Dank, dass Ihr zugeguckt habt. Bis bald, bis zu den nächsten Best-Tipps auf TechStage. Tschüss.